Performance-Kunst darf wehtun. So sieht es zumindest Wafa Bilal. Der Künstler ließ sich eine Minikamera in den Hinterkopf implantieren. Es war schon hart. Die Operation wurde von einem Körperveränderungskünstler durchgeführt. Die Kopfhaut wird aufgeschnitten, hochgezogen und drei Implantate werden reingesetzt, auf denen die Kamera montiert wird. Unterwegs mit der Titanplatte im Kopf. Das eigenwillige Projekt des irakischstämmigen Künstlers heißt The Third Eye, das dritte Ich, beziehungsweise das dritte Auge. Die Idee ist, die Kamera chirurgisch an den Kopf zu schrauben. Diese wird dann über ein USB-Kabel an einen 3G-Sender und darüber ins Internet geschaltet. Und damit mit dem Arabischen Museum für Zeitgenössische Kunst in Doha verbunden. Das Projekt läuft über ein Jahr lang, 24 Stunden am Tag. Die Kamera schießt jede Minute ein Bild, das im Internet gepostet wird. Der Blickwinkel mag gewöhnungsbedürftig sein, doch die wasserdichte Kamera soll den Alltag von Wafa Bilal aus nächster Nähe dokumentieren. Allein seine Arbeit an einer New Yorker Hochschule wird von der Überwachung ausgenommen. Mich interessieren die Ecken unseres Lebens, denen wir keine Aufmerksamkeit schenken. Mich interessiert das Banale dieser Bilder. Doch es geht nicht nur darum, Verborgenes aufzuzeigen. Das extreme Experiment soll außerdem eine grundlegende Gesellschaftskritik sein. Wir werden ständig überwacht, bemerken es gar nicht einmal. Es passiert mehr und mehr. Heute wird in einem Flughafen jeder Zentimeter deines Körpers von jemandem durchgescannt. Mit meinem Projekt will ich eine Diskussion in Gang setzen. Noch kann man die Bilder nicht anschauen, doch ab dem 15. Dezember werden die Werke von Bilals Hinterkopf für alle zugänglich sein. Zu sehen auf der Webseite des Arabischen Museums für zeitgenössische Kunst.